Top-Meldung! Bundesregierung bestätigt Abschaffung der Hinzuverdienstgrenze ab 2023 bei Altersrenten. Grenzenloser Hinzuverdienst möglich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich hatte es ja am 27. August 2022 schon in einem Video angekündigt, dass zum 1. Januar 2023 die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten ersatzlos abgeschafft werden sollen. Am 31. August 2022 hat die Bundesregierung und das Bundesministerium für Arbeit und Soziales also von höchster Stelle genau dieses bestätigt. Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten werden ab dem 01.01.2023 ersatzlos abgeschafft. Und zwar steht das im Gesetzesentwurf des 8. SGB IV Änderungsgesetz der Bundesregierung, welcher am 31. August 2022 veröffentlicht worden ist. Es wird das gesamte Hinzuverdienstrecht im Bereich der Alters- und Erwerbsminderungsrenten im SGB VI, also sprich im gesetzlichen Rentenrecht, neu geregelt. Die Hinzuverdienstgrenze für die Altersrente vor der Regelaltersgrenze wird ab 2023 ersatzlos abgeschafft. Das heißt für alle vorgezogenen Altersrentner, die eine Altersrente für langjährig Versicherte, für schwerbehinderte Menschen oder für besonders langjährig Versicherte ab 2023 haben oder schon beziehen, keine Anrechnung mehr von Hinzuverdienst. Sie können dazu verdienen, wie viel Sie wollen, in welcher Höhe und was Sie auch immer hinzuverdienen wollen. Daneben wird das Hinzuverdienstrecht bei Renten wegen Erwerbsminderung ab 2023 geändert. Die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten steigen massiv an. Damit auch der anrechnungsfreie Hinzuverdienst. Die Hinzuverdienstgrenzen bei Erwerbsminderungsrenten sind dynamisch. Sie sind ab 2023 an die Entwicklung der monatlichen Bezugsgröße gekoppelt. Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente liegt der anrechnungsfreie Hinzuverdienst ab 2023 exakt mit den Werten der Bezugsgröße 2022 bei 17.272,50 Euro. Bei Überschreiten dieser Hinzuverdienstgrenze gilt die übliche 40%-Anrechnung. Und das ist ganz neu für Sie. Es gibt ab dem 01.01.2023 keinen Hinzuverdienstdeckel mehr und damit auch keine 100%-Anrechnung mehr. Bei einer teilweise Erwerbsminderungsrente liegt die Mindest-Hinzuverdienstgrenze. Es wird eine Mindest-Hinzuverdienstgrenze eingeführt, die also sozusagen für jeden Rentner, der eine teilweise Erwerbsminderungsrente bezieht, bei 34.545 Euro brutto Jahresverdienst. Das sind 6 Achtel des 14-fachen der monatlichen Bezugsgröße. Das heißt also mit den Werten von 2022 Bezugsgröße monatlich 3290 Euro ergibt das mindestens eine Hinzuverdienstgrenze von 34.545 Euro. Wenn der Bezieher einer teilweise Erwerbsminderungsrente vor Rentenbeginn aber ein höheres Einkommen hatte, gilt dann eine für den Versicherten individuell zu berechnende Hinzuverdienstgrenze, die dann höher ist als die von mir genannte Hinzuverdienstgrenze als Mindestgrenze. Die Berechnung der individuellen Hinzuverdienstgrenze erfolgt dann wieder nach § 96 SGB VI, aber dann auch wieder oder dann ab 2023 mit neuen Werten. Ich habe einen Beitrag zu diesem Thema am 01.09.2022 auf unserer Internetseite gestellt. Dort können Sie nachvollziehen und auch berechnen, wie sich die neue individuelle Hinzuverdienstgrenze bei Beziehern einer teilweise Erwerbsminderungsrente ab 2023 dann tatsächlich berechnen wird. Ich finde, dass die Reform des Hinzuverdienstes für gesetzliche Rentner ein echter Gewinn ist. Sie ist aus unserer Sicht absolut gelungen und wird auch Arbeitsprozesse in der Rentenversicherung vereinfachen und vor allen Dingen auch Verwaltungskosten sparen. Denn Rentnerinnen und Rentner mit einer Altersrente oder einer Erwerbsminderungsrente können ab 2023 deutlich mehr Anrechnungsfreiheit dazu verdienen. In Zeiten der explodierenden Energiepreise eine wirklich gute Nachricht. Wir werden in Kürze einen umfassenden oder einen umfassenderen Ratgeber zum Thema Hinzuverdienst zur gesetzlichen Altersrente und EM-Rente ab 2023 veröffentlichen. Und da können Sie nochmal dann nachlesen, was sich alles so im Jahr 2023 beim Hinzuverdienst ändert. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.